Hey, hey Leute, wie geht's, wie steht's, hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem extra Special Let's Play, was ich euch versprochen habe, ein Überraschungs-Let's Play, was ich geplant habe, ich habe in einigen Parts vorher schon erklärt, dass ich dieses Special Let's Play machen werde, Überraschungs-Let's Play trifft es eher, glaube ich, und wir sind diesmal nicht alleine, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Und, ja, ist eine lustige Geschichte, aber sie wird dabei sein und ich denke, dass es euch hoffentlich nicht stört. Auf jeden Fall, ja Leute, heiße ich euch hiermit herzlich willkommen bei Let's Play Doom, jawohl, ja, Doom ist das neue Let's Play. Okay, Doom, gerade aus dem Frisch, aus dem Freude rausgekommen, ich weiß, hier ist keine Musik, kann sein, dass ich sie ausgeschaltet habe, weil, äh, ich irgendwie fand, dass die Musik ein bisschen gestört hat, deswegen verzeiht wird uns. Ich werde die Musik aber gleich wieder anschalten, Leute, und auf jeden Fall habe ich mir den Mehrspieler-Modus angesehen, er ist wirklich mega geil, das Spiel allgemein ist sehr, sehr cool. Snapmap habe ich mir auch angeschaut, da kann man seine eigene Karte stellen, veröffentlichen, dadurch können andere Spieler die ausspielen, aber wir spielen die Kampagne von Doom, was ganz da ist, auch wenn wir jetzt Doom 3 auch schon als Let's Play haben, Und das heißt, wir haben doppelte Doom-Action, einmal Doom 3 und einmal den neuen Doom 4. Und ich würde sagen, bevor ich hier weiter rumlaube, starten wir die Kampagne, dann machen wir einen neuen Platz und Einstimmung, und, ah, guck mal, nö. Ach, guck mal, die Musik ist sogar auf 100%, alles klar. Untertitel. Ich mache mir mal an, für den ersten Part, ich weiß nicht, ob das jetzt englische Sprache ist. Deswegen, machen wir einfach mal an, und gucken mal weiter, und ich würde sagen, starten wir die neue Kampagne, Leute. Achso, ja, das sind die, die sind die Schwierigkeitsgrabe. Ich würde sagen, wir starten erstmal auf, zu jung, zum Sterben, ach, ne, komm, komm, wir machen, los, gib's mir. Ich mache einfach mal eine normale Schwierigkeit, sagt, du schreitest ewig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen, Möge dir Durst nach Rache nie versiegen, möge das Blut auf deinem Schwert niemals trocknen, und mögen wir dich nie brauchen. Korax-Eintrag 7, Doppelpunkt 17. Oder 7 Uhr 17. Die USC. Okay. Volltrag, alles klar. Schauen wir uns das mal an. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du, du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Reiße und zerfetze, bis es gut ist. Oh Gott, da kommt was. Ja, tut mir leid, der ist hängen bis jetzt. Okay, ja, ich denke, ich bin schon wieder. Hm. Ja, ich kann's nicht, da bist du auch für so ein Spiel, jetzt tut mir leid. Stopp. Ich, äh, stell dir mal kurz was um, damit es nicht so sehr laggt. Also bis gleich, bis gleich, Leute, bis gleich. Sorry, Leute, ich bin wieder zurück. Äh, ja, ich hab eine Aufnahme gemacht, das Spiel ist aber irgendwie abgestürzt. Wir sind jetzt leider weiter als vorhin. Äh, wir haben uns durch, äh, das Blutennest vernichtet. Also, macht mich kein Schaden. Wir schauen uns mal um hier und wir haben Rüstung gefunden. Das Gute ist, ja, wir haben ja im Team 3, ähm, mussten wir ja, wenn da so Luft rauskommt, äh, mussten wir ja, wenn wir eine bestimmte Luftanzeige gehabt. Und, ähm, hier ist es so, hier kann man scheinen unendlich lange an der Luft bleiben. Ach so, ja, werde ich dir gerne vorlesen. Ich will jetzt weiter, äh, machen, damit, äh, der Part auch nicht ungünstig vergoldet wird. Ähm, der kann ja auch Stopp machen und sich das genau durchlesen. Ich will machen, sonst, leider. Das ist ganz schön stark, aber ich sehe ein paar Monster. Wow, was zum Toppen. Monster, neuer Monster, besessen der Soldat. Putz. Wow, er schreibt mich nicht so. So. So, aber nicht hier. Den finden wir mal so. Sprich immer hoch. Komm her. Nicht weg, rein hier. Zack. Oh, ich glaube, es hat wehgetan. Das schockt schon echt, das Spiel. Zack. Ey, was willst du denn hier, äh? Oh, denn, ich höre nichts. Äh, ich sehe nichts. Ich meine ich. Ach, verdammt. Ach, warum ist da, Alter? Und, tschüss. Sprech. Hopp. So. Ach, da ist einer. Wenig Munition, wir müssen auf unserer Munition achten. Wir haben jetzt hier auch eine begrenzte Art von Munition. Männer an Munition. Ne, von da kommen wir. Wir müssen natürlich hier wieder landen. Ja, Leben haben wir auch maximal. Mal. So, Munition, das ist ja wohl, das kann man immer gut gebrauchen. Und wir haben jetzt eine Schlüsselkarte. Ach so, wir haben auch eine Schlüsselkarte. Das heißt, wir müssen. Wahrscheinlich ist hier, da wieder hin. Okay. Ach, die Schlüsselkarte haben wir. Sehr gut. Das ist gut, damit haben wir schon eine Schlüsselkarte und können letztens so aufmachen. Und mit jetzt meine ich, beim nächsten Mal, meine Leute. Ja, das war's leider schon. Das war leider schon der erste Part zu Doom 4. Ja, ich musste einige Male cutten. Das tut mir wirklich leid. Irgendwie ist das Spiel vorhin wirklich abgestört. Entschuldigung, ich habe zu führen. Und damit lache ich. Bis zum nächsten Part, bis zu Doom 4. Mit mir hier. Bis zum nächsten Mal bei Doom 4. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Yoshi.